Ey kannst du mir mal sagen ob das jetzt da ist das Tümer oder ist das Tümer noch nicht da oder weil ich raste richtig aus Warum ist es auf Yahoo oder Yahoo mag keiner? Der ist noch nicht da Doch ist da Doch ist da Aber nur ein tausend Arztspieler da Achso ja jetzt wirklich Aber ich hab echt 2k eingestellt 2k eingestellt ja Das liegt glaube ich hier an Egal Fingo aller Wie heißt das? Savoleto Gushko Das ist Sascha wurde So Kann ich mir den Chat hier bisschen aufmachen Wir bleiben erstmal ein bisschen im Talkmodus Talkmodus Ja hier unten ist auch Judas Judas sag mal was Ja Guck mal das wird dann hell Leute das ist richtig cool Ähm Wir machen mal kurz einen anderen Hintergrund Alla Kann ich hier ganz einfach tuken Und zwar nehmen wir mal den hier Und ne ne den Fingo lifestyle Wie es wirklich ist Drei Likes Drei Likes Drei Likes Bei dir noch Phasma Lass mal kurz gucken Ich bin grad live auf Youtube Könnt gerne einschalten Ähm Sitze hier mal in meinem neuen Foto gerade Juli Ich bin Ich bin Julius Und warum sollte ich auf Lunge rauchen Ohne aller Ja du Rundsohn ey Weil du nicht auf Lunge geraucht hast Bist du ne Pussy sagen alle Oh Deren Vorteil Ja ist mir egal Leute Das ist mir Machen wir erstmal den hier Haha Der wird erstmal gewandt Der wird erstmal gewandt Der wird erstmal gewandt Bruder Aber schmackhaft erstmal bannen Bruder Oder erstmal ein Time Outen Bruder Auf Ehre Karbonat Erol Wer ist denn Karbonat Erol Karbonat Erol Äh Ich hab meine Großeltern Also beziehungsweise meine Wohnung Richtig geiles Internet Ne man Ich hab richtig geiles Internet hier Ich hab äh Verdammt schnell Mein Phosmos ist übrigens jetzt fertig Aber wir warten natürlich noch auf Äh Juli Äh Letztes Mal haben wir das gespielt Am 5. März Leute Ich muss wieder den Chat hier kurz öffnen Wenn ich den Chat sehe 5 Likes aller Was Was Das geht wieder Das geht ja richtig schnell alter Ey das geht richtig schnell wieder Juli Kannst du mir jetzt mal sagen Äh Ja Alles wieder Juli Kannst du mir jetzt mal sagen Vielen Dank für 5 Likes oder du lass mal alle wenn ihr Bock habt nochmal like da Würde mich freuen Äh Oh wer ist ja Äh Okay Hi Maurice was geht Maurice ist da Willkommen Maurice Willkommen im Stream Ne sagt er Okay Ey Sascha Sascha kannst du Spiel nochmal mit dem Poppy Äh ja können wir nochmal machen Leute Aber Vorher Vorher bitte Sascha schreibt mal Lina auf Insta Dass sie Luisa Bescheid sagen soll dass ich grad streame Dann mach ich das Bruder Ich geb dir auch ne Vape Moin Tag Rick Abonniert äh gerne alle mich Du kleiner Knecht Digga das müssen wir leider Das müssen wir leider Entfernen den Kommentar Abonniert mich Das müssen wir leider Auch entfernen aller Weil Eigenwerbung gibt's hier nicht Doch gibt's hier Ne du antwortest nicht Juli Julius du antwortest Maurice nicht Ey 5 Zuschauer haben wir grad aktuell Das ist jetzt so krass man Weil ich hier grad ein bisschen rumsitze wieder Bruder Und wieder scheiße laber Leute ich geh mal kurz was äh holen Ja 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 Was für du Hund, Maurice? Alter, Saber. Und äh, abonniere Judo und meinte, okay, mach ich. Bitte, du Hund. Du, Hund. Fingern, der erste Multiplikator, äh, kriege einmal in 500 Millionen. Ah, Bruder, du bist so Bullshit, Alter. Ich hab das gemacht, Bruder, dann fängst du dich auf dem Montag. Oh, 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 oh. Auch in der Morde-Monte darf man nicht vergessen, ja, Bruder. Aber ich spiel nur Poppy Blätter, weil du Lina Bescheid sagst, dass ich gerade streame. Und Luisa auch, Bruder. Äh, du warst nicht im Urlaub. Ja, Bruder, Judo, das hat uns angelogen. Und dann ist es halt so. Ich war im Urlaub, aber Kopf hoch. Ja, du meinst Klassenfahrt. Klassenfahrt und davor die Woche auch. War im Urlaub, aber... Boah, fünf Likes, das ist... Da wachelt mein Vater in irgendwelchen Bergen. Äh, 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 äh. So, wir wollen uns jetzt mal Fasmo spielen. Äh, da hatte ich nur einen E-Balken. Äh, okay, Fasmo, äh... Der Ritual-Junge. Fasmo spielen, jetzt start mal den Bums. Da, 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 da. Ich muss Skywalker-Sucker zumachen. Fällt dir aber jetzt erst ein. Ja, sonst schlössst du mehr mit der Geltung ab. Boah. Sieht krass aus, Bruder. Ach. Spiel starten, Bruder. Bruder, das sieht voll krass aus jetzt, Alter. Oh, das sieht voll krass aus. Jetzt muss ich das Spiel nochmal kurz dir zeigen, bei OBS. Fiii, oh, fiii. Wie ist der ihr, wie? Fasmo, oh mein Gott, es ist... Nein, ich muss... Oh mein Gott, das Game ist abgestürzt. Holy fuck, Bruder, es fängt schon gut an. Also bei mir nicht, Digga, ich geh gerade rein. Ja, ich auch. Alina, sag mal Luisa, dass ich gerade live auf YouTube bin. Bitte. Mach jetzt selber. Bitte gibt's nicht, Bruder. Gibt's nicht. Bitte existiert. Für dich wahrscheinlich nicht. Nee. Aber die ist wahrscheinlich eh wieder am Kiffen, die Frau. Oh, jetzt. So ein schönes Bierchen trinken. Ah, jetzt bin ich drin, Bruder. Ah, ich weiß nicht. Geil, Allah. Ich muss gut ein Audio. Nein, ich muss gut. Sprache. Gib mir uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ah, lebt mir am Arsch, was jetzt. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. So, Audit. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, Alter. Ja, wir haben sie gehört. Ja, halt's, Mauerbrühe. Bei mir geht's nicht. Ah, lustig. Gib uns ein Zeichen. Ich raste aus, Bruder. Ich raste aus, Bruder. Gib uns ein Zeichen. Soll ich schon mal Lobby erstellen, oder? Ja, gib uns ein Zeichen. Ja, gib uns ein Zeichen, du Huchen. So ein Reichter jetzt, Mann. Connecting, ähm, die Beiträge, privates Spiel. Ja, hast du jetzt eins erstellt, oder soll ich das? Ja, mach du. Ach so, okay. Code ist heute mal, die 6, 2, die 8. Wie? 6, 2, 8. 6, 2, 8, ja. 204. Ja. Alright. Ah, da bist du hässlicher. Oh, nee, dein Mikro funktioniert. Was? Ich hör dich, Digga. Dein Mikro funktioniert. Okay. Kann ich nicht machen? Ach so, doch, da. Okay. Kaufen, ich hab 28 Dollar, was brauchst du? Alles. Gut. Das bedeutet, Kerze hab ich hier schon. Hm, Feuerzeug. Boots. Alter, was hattest du denn alles? Warte mal. Bitte? Wie mach mal das nochmal? So? Sollen wir auch Profi? Guck mal, ja. Bam! Bam, Junge. Wir können auch gerne auf Albtraum spielen. Können wir? Ja. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Schade. Schade. Ich muss meinen Chat, ich muss den Chat öffnen hier. Dann Profi. Ähm. Äh, als Mon... Ready, Bruder? Hm. So. Fynn, Schachtel, äh, Fynn kriege ich die nächste Lieferung im Kippen, Schachtel ist schon leer, Fynn, antworte mal, du hast 48 Abos, was, was, der hat 48, was, was, laber nicht, nein, stimmt nicht, du, ja, wahrscheinlich, Bruder, Bruder, ich, Fake, 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 ich guck jetzt selber, du Spinne, Alter, äh, ich hab 45, Bruder, das ist, äh, kein, ne, ja, Bruder, das ist, äh, das müsste dafür schon gebannt werden, Bruder, ich hab mir gefragt, warum hat jeder aus der Bühne, ich glaub Philipp braucht ein Band, haha, wow, nein, man, noch nicht, er befindet sich auf so dümme Eis, auf so dümme Eis, ne, ne, sagt er ja, ist auch richtig, da bist du ja, sorry, ey, guck mal, wie das aussieht alles, guck mal hier, ey, hat sich ja von vor allem, das sieht ja, wie heißt der Geist, Jason Baker, Allah, nicht Jason Baker, Jason ist ein Scheiß, Jason, neuer Sprecher, Bruder, neuer Sprecher, ja, der hat nicht mal Ausrüst genommen, der Tippe, äh, doch, sie starten, dafür, äh, so, unter Rinder, Ja, so, wir nehmen jetzt mal ein bisschen, äh, Parabolmikro nytaber, Pa-, pa-, p-, p-p-, p-p-, paramo-, p-p-ph-, paramo-, p-p-, paramo-, p-p-p-podu-, понимiert, form-s----- beveragesbám am Boden im Nordenciasbärzschlaggfl ». Ba, ach ich fait அ mon, hein,종, I went, I went,О, some, idr., Bas, font-s Anal, ja übrigens der geist kann direkt vor dir mach, 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 mach Grünskin weg bitte ich werde das mal sehen nein aber es gab auch mal eine andere Sache fertig ja Philipp, das geht gar nicht, dafür kriegst du am Montag einfach aus Bruder das ist einfach der arme Philipp, der verrückt jetzt schon einfach aus Respekt Bruder, dass du das gemacht hast Bruder aber es ist mir scheiße hast du eine Tür zuhören? ne ich hab irgendeine Tür zuhören und schon wieder warst du im Baden? nein da war ich wirklich nicht Bruder oh mein Gott Junge ich hab so kack Angst mach Licht an Bruder also das der könnte auch im Keller sein ne auf gar keinen Fall alright was willst du denn hier holen ok die Tür ist am Backen aller hier ist ein Schädel was dabei ne hab ich nicht ich könnte nicht holen gehen gleich mal hier Bruder äh hast du Licht in der Garage eingemacht? ja ich hab überall ich mach mal mein Handy aus ja ich bin tot ja? ja laber doch nicht einfach Dämon laber doch Cap ja ich bin haha willst du dich Bruder? ja bin ich auch ja wollen wir mal sehen wo das top ist hä? boah wie leh das ist knapp gewesen nehmen wir den direkt mit dafür kriegen wir ja auch Geld ne? keine Ahnung weiß ich nicht doch doch weiß ich aber dafür dann haben wir nicht so viel nicht so kack Ausbeute man kann die Schubladen man kann die Schubladen öffnen mittlerweile ok das ist auch cool cooles Feature für Dämonen Philipp also Sharkfreak sagt das wär ein Dämon und ich sag es ist David Jackson hahaha so das war Wasser Wasser läuft hier läuft Wasser ja wow Junge der hat Wasser angemacht ähm hier unten sind die Türen offen das weißt du ähm hier unten sind die Türen der hat Wasser aufgemacht äh angemacht komm mal bitte hoch du Huren richtig unten ey es reicht doch ey Junge das ist nicht witzig Bruder Kamera fotografieren Schmutz ich bin was denkst du was das für einer ist Bruder ich kenn mich damit gar nicht mehr aus man hier ist aber 0,005 also 5,6 Dezibel heißt das hier irgendeiner rumgeistert Digga ey wenn ich jetzt nicht ausmachen würde ich würde meinen ganzen Greenscreen bumsen ähm Junge hier knarrt wieder irgendwas oder Digga ich hab keinen Plan wo dieser wassatt ist jetzt geht dir der Fernseher an ich weiß dass du die Bälle mit dir mal hast ich guck das stepp mach gut aus Parabol-Medikrofone wenn das wie schön ist in den ja ich würd sagen wir provozieren den Mann hast du Bock dazu ja Bruder wir können wir provozieren wir mal ein bisschen was alright let's do this 5 Zuschauer hast du auch wir könnten fotografieren falls er kommt wie hieß er nochmal Jason Allah ich hab größe große Angst einfach Dämon bruder äh seit wann gibt es das Game oder google das wurde 2017 glaube ich oder oder 2020 das hier einfach in die Ecke Bruder ich geh kurz gucken wie der heißt und dann kannst du ja schon mal anfangen zu das was er ist ist das das ist das Hallo Hunted der überhaupt? Ne der hunted Doch der hunted jetzt gleich Oder er hat gehunted Ja Jason Allah Jason Allah 1044B ist jetzt da Jetzt kann man den Stream in Jetzt kann man den Stream in 2k gucken Ist auch gut 2 schon noch fleischig Büsse Jetzt läuft man Stream in 2k 4 Likes nur noch 2k Hast du schon geliked, Julius? Ja natürlich, brother Alright Jason Baker Alright, Jason Baker Kommst du wieder raus Jason Jason Baker Oh mein Gott, die Tür ist aufgelen Oh mein Gott Jason Baker Joel Jason Joel Die kommen doch schon Hör doch auf Du Affe Ich muss dich muten, Bruder Oh, schon wieder eine Tür aufgeladen Jason, bist du das? Jason, es reicht doch jetzt ernsthaft, Bruder Jason, es ist unlustig Unter von der Toilette Jason Das ist nicht witzig Danke Oh, Jason Jason, Jason Jason, Jason Hallo Hallo, hier ist Jason Baker Der Kuttefix hat er auch nicht attackiert, Alter Der Kuttefix hat er auch nicht attackiert, Alter Jason, jetzt zeig dich mal, du dummer Richt Wolle, ich guck auf dich, Jason Komm Hau raus Wo bist du? Oh, das Licht lag grad Oh, das Licht lag grad Oh, hab ich Angst, Anna Beweise, wir haben zwei Beweise bisher Runter von der Darm-Toilette, runter vom Klo Der Jason Schmutziges Wasser Willis, guck mal bitte Ja Schönes Helfie Nur noch Jason, nur noch Jason, der Spaß sich nicht mehr Was hier ein dumm Missopferkind Ich hab Bock auf Jason Oh, Willis, er kennt das schon? Jason Brei Hahahaha Oh mein Gott, ich höre einen Geist Ach nee, das ist ja der Lappen, Jason Oh mein Gott, wie eine Tür aufgegriffen Oh, das Licht flackert Oh Du Beweise, komm her Oh mein Gott, wie eine Tür aufgegriffen Oh, das Licht flackert Oh Oh Jason So langsam brauche ich mal eine Jason Pizza Haha Jason Ey, Junge, Jason, runter von der Darm Hier liegt eine Flasche, Bruder Fabian Ok Ich will die, ich will die Badewanne schon mal Jason, Allah Oh Oh mein Gott, ist da AHHHHH 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 Alles gut, Digga Er hat Hahaha Ich darf nicht so schreien AHHHHH Für die, für die Badewanne schon mal auf Ich hab herausgefunden, was das für ein Geist ist übrigens Boah, das Game macht mich kaputt, Alter Oh, das Game macht mich richtig kaputt, Alter Oh, das Game macht mich richtig kaputt, Alter Das ist übrigens ein Phantom Boah, Alter, ich hab grad richtig Gänse auf wieder Hör mal, hör mal Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal Jetzt hör mal Hör mal, hör mal Jason, Allah Hör mal Oh mein Gott, ist da AHHHHH AHHHHH Hör mal, hab ich gesehen hab, Bruder Ich liebe es Ey, warte, hol Verlauf doch ohne mich nicht, Bruder Hier ist ein Teller umgefallen Ach, ne Hab ich direkt ein Foto von gemacht Du musst spiel raus hier Das ist übrigens Ich würd sagen, ist das ein Phantom, weil ich als Deswegen Äh, Fingerabdrücke Äh, Y Äh Verbots Fingerabdrücke, Dotsprojektor, Phantombruder. Ah, jetzt kann man es auch ankreuzen, ne? Ja, durchstrahlen und ankreuzen, bald. Ja, jetzt hab ich das hier. Phantombruder, jetzt gehen wir nach Hause. Das ist alles gut, Bruder. Das ist auch neu jetzt übrigens, wie Lust, ne? Ja. Oh, Junge. Mach zu! Uli, fahr doch mal. Uli. Uli, fahr, Bruder. Er ist ja ab dem Moment verschwunden, wo ich ihn fotografe. Stimmt, dann greift er nicht mehr an. Und es war... Es war ein... Keine Ahnung, was es war. Keine Ahnung, hat er einfach weggeklickt, Alter. Lass uns mal kurz gucken. Hä, ist das ein Mühling? Allah, was für ein Mühling, Allah! Fuck friends, Nur noch Fleisch, Nur noch Fleisch, Äh, Toschnappen knick ich. Hä, Iba- Such bewegen wenn ich mal elaborate, Feuerzeug kaufen. Beides sind zufrieden. Alles, Bruder. Ja. Bruder, Dotz, aber. Kruzifix. Hast du irgendwas mit deinem Fleisch, Alter? Ja. Ich wär zu knostig. Hast du den Song noch nicht gehört? Kennst du, Junge? Ich nehm mir in 2K und nehm in 2K Videos auf. Ich kann aber auch in 4K Videos machen. Jetzt wär dieser Copyright-Song richtig gut. Halt die Frasse. Wurde mich gestrikt werden. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock drauf. Und die Vermieter ficken mich. Oh, sowieso ist es schon, Bruder, wenn ich einfach runterkomme. Ne, ist noch keine 22 Uhr, Bruder. Ich kann doch nichts sagen, Bruder. Ich darf auch bis 20 Minuten schreiben, Bruder. Boah, und wenn du auf die Tastatur klickst, ne, hör mal. Hör mal, hör mal, hör mal was du jetzt hör. Ja. Hör mal, hör mal was du jetzt hör. Ja. Hör mal. Super. Hör auf wegen, Sorry zu machen. Was ist am Wurs, was war ich wo verkehrt noch? Hör auf bitte Hör auf bitte Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Ich hab dich nicht gemütet Ich hab dich nicht gemütet Ich hab dich gemütet Hör mal auf Hör auf bitte Ich block dich sonst Das ist nicht lustig Das ist schon lustig Ja ich nicht Du wirst dafür gar nicht gesprackt Nur noch Fleisch Und noch Fleisch in den Arsch geschoben So nimm dir jetzt ein DOS-Projekt an Nimm dir den EMF und das kriegt den Arsch hoch So EMF So Kruzifix hab ich auch schon bei Bruder So kommst du Wer ist der Geist Bruder Wer ist der Geist Wer ist der Geist Ich guck kurz nach Lauf schon mal rein Bruder Auf gutes Gelegen Bruder Der Geist Der Geist heißt Jennifer Skinner Alright Das bedeutet das ist ein Mühling Mit Ansage Drei Zuschauer Drei Zuschauer ist mir eigentlich egal Leute Es macht mir Spaß zu streamen Und das ist die Hauptsache So So der Sind sie bereit? Dann rein Oh na flemmen Oder auf Junge es ist lustig Jennifer Hör mir zu Brudy Jennifer ich liebe dich Komm nach ich bin zu Hause Ach der ja Mach den Stromkasten an Hier ist kein Stromkasten Du Depp Der ist im Keller War der nicht immer hier? Äh im Keller Heute hast du die große Ehre Mit mir in den Keller zu gehen Jetzt sind es noch drei Jetzt sind es noch drei Zuschauer Mehr bei euch Ich weiß ja Der Dämonkreis War ja immer gut Ah ja Können wir den wieder machen? Äh wenn er hier nicht auf dem Boden ist Geht das nicht Ah da ist er doch Ne das sind Flängen Ah du darfst schon Hä? Hä? Ja bist du los Äh ich war auch dran Ok im Keller ist auch nett Lassen wir da schon mal auf Aber der wird Der taucht dir auf den Merm auf oder? Der müsste auftauchen Man ich muss mal kurz das mit den Stream umbenennen Bleib mal kurz da Naja Ich hab das Gefühl mein Internet versagt Bruder Weil das nächste Mal funktioniert Also es funktioniert mal nicht Bruder Ich glaub mein Internet versagt Was? Kann gut sein dass ihr im Internet gerade versagt Nein Bruder das kann nicht sein Äh die wird nicht unterstützt die Föderation alright Also kann man das jetzt nicht in Die Video Das Licht hat geflagert Die Videoauflösung muss ge... Jetzt haben wir nur zwei Zuschauer alright Achso weil ich ja einer bin ja So das lieber aus dem Keller kommt aber gut so Ja egal Na 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 Ich hab herausgefunden es ist die Küche Weil ich... geblinkt Ja hier blinks auch wieder hier blinks auch wieder hier blinks auch wieder hier blinks auch wieder Oh mein Gott der ist die Typ zu groß Ich geh auch raus Was machen wir jetzt? Horror Stream mit Finguo Nur noch Fleisch Ich mag kein Fleisch, ich mach Salat Nur noch Salat, nur noch Salat Ich hab einfach den Songtext umgeschrieben Ja, der Geist Hunted Oh mein Gott, wir haben gerade so Glück gehabt Hallo Jennifer Jennifer Skinner, du Nundensohn Geh nicht rein Die Kamera hat gerade geflackert Die war vor der Tür Jetzt sind wieder vier Zuschauer da, wo das Kot Ah, ich frag gar nicht nach, oder? Ja, wir müssen heute rätseln Wir müssen mit einer Kamera Für uns ist eine Doku machen Hier Für unsere Doku Hab ich hier eine schöne Kamera auf dem Boden platziert Jo, du mein Jo, ich kann nicht mehr machen Mein, 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 mein Stream Läuft der Stream dann noch flüssig, oder? Oder läuft der nicht flüssig? Boah, geht Geht doch Ja, läuft flüssig Bruder Das Game läuft flüssig Alles gut Hast du eine Kamera mit? So eine Videokamera? Nein Dann nimm mal die auf den Boden Dann renn mal rein Einmal durch das ganze Gebäude Wo? Alright Dann kann ich gucken auf der Ort Dann hätten wir das schon mal ausgeschlossen 4K aller So, und einmal rein da Am besten ist, wenn du den Namen nicht erwähnst Jennifer! Jennifer Skinner Hör auf! Hör auf! Ich mach die Angst, der Hör auf! Ich mach die Angst, der Hör auf! Sag dir, hört das Allah Die, die, die hat Ohren und Augen überall Man hört das durch den, äh... Mikro für das Ding Starbox Da hab ich jetzt vergessen Ist hier Na, na, na Na Ich glaub auch, ich wirst los, ich hab's doch Schiss, Allah. Do you want to play with me? Was, Allah? Ah, alles gut. Jetzt hat er die Kamera. Hallo! Wir are streaming, Alter. Hallo, Allah! Oh, oh mein Gott, sie ist hinter mir! Nein, die war gar nicht hinter dir. Verpiss dich, Jennifer, Allah. Werden wir da 3 zuschauen, oder? Nice. 4 Likes, Junge. Kommt auf jeden Fall besser an als die Skywalker-Saga. Auf jeden Fall. Jennifer, jetzt geh du mal rein, Bruder. Habe ich die Kamera geliebt? Hast du dir auch die Tür zugemacht? Nein. Ich seh' da jemanden reinkommen. Oh mein Gott, die steht an der Tür! Die steht an der Tür! Witzig, da steht niemand. Nein, da wo ich rauf gucke, in der Kellertür, da steht eine Person. Erzähl mal. Da! Der ist schwarz. Der ist schwarz. Das ist doch hier rot noch was! So, ich glaub, wir müssen Leute mal ran. Äh, äh, ähä, äh! Der Geist auch nicht gesehen, da streichen wir mal durch. Fingerabdrücke können unmöglich sein. dafür ist der geist zu wenig f kann man auch weg streichen ja es ist gar kein geist mein bruder ja ach ne ja gespenst sagen wir mal sagen wir gespenst bruder ich sag fahr los uli ich sag tolte geist du hattest recht ich bin einfach der weise filmgo der weise ich bin bei der skammerker saga film kriegst du manchmal bei dem spiel angst äh ne gar nicht jetzt ist mal fingur weiser dran fingur weiser sagt fingur hat immer angst also fingur kriegt angst in diesem spiel fingur kriegt also ich krieg richtig also panik krieg ich nicht aber ich krieg davon manchmal wissen so schon so kranke sache also ich krieg das schon mal so jetzt kein scheiß agression nein ich krieg davon schiss ja was machen wir denn jetzt minium ja weil ich würde sagen weiter wir machen weiter ja grad gleich 22 ja das ist doch lustig oder diese urzeit spiel ich nicht warum angst ja natürlich bruder los gehts bruder aber auch eine runde schafft man ja. immer noch naaa nach einer runde kong nach einer runde kommt noch eine runde nachher und dann auch eine runde nach einer runde und noch eine runde noch einer dann noch eine runde runde mach eine noch eine noch eine runde wozu favorite muh ist es nicht richtig naja ist doch verlosig bruder macht es nicht diese۔ dann spiel ich kein Horrorgame. Mache ich ja morgen 3 Uhr. Das macht doch viel mehr Bock dann. Weil das so ein gewissen Weil der gewisse Tilt ist ja da, oder? Ich muss da kurz was zu trinken holen. Ja. Oh na, dann komme ich jetzt wieder gleich. Be right back, Allah. Was du gehst auf, ey, ich knallt, Junge. Was? Be right back. Be right back. Geht das? Ja, es funktioniert noch immer noch. Wie ein Strasen. Jason Carter. Jason Carter. Eine Runde spiel noch. So. Okay. Kruzifix. Taschenlampe. Und eine Kamera. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Milo. Ist du hier, Milo? Wie heißt der Geist? Jason Cartman. Milo Murphy? Genau, Milo Murphy. Okay. Hier sieht es schon mal vergammelt aus in der Küche. Wollt ihr auch reinkommen, Herr Filmgo? Ich wollte gerade den Fernseher an, Mann, und ich hab gerafft, dass der Strom aus ist. Wow, fällt dem jetzt erst einer. Küche? Im Keller. Oh, ich hab' ich noch. Oh, ich hab' ich noch. Ich hab' ich noch. Boah. Boah, das scheiße hier drin. Stink da drin, Allah. Ich hab' ich noch mal wieder. Ich hab' ich noch mal wieder. Ähm, Episode. Ähm, Episode. Jetzt anfangen mit Episode 1 Streetplay. Kannst du gern machen. Aber auch du etwas streamen möchtest und die Uhrzeit weiß nicht. Hier steht der von Dreirad, Bruder. Mach' man sich jetzt halber von Foto. Falls du gleich weg ist, Bruder. Wo bist du, Julius? Im Keller. Und ich hab' den Dämonenkreis gefunden. Ja. Der ist hier. Sollen wir ihn beschwören? Ja. Ja. Okay. Letzte Runde jetzt vor Streamende, Leute. Was Heftiges passiert jetzt. Was brauchen wir? Äh, nur ein Feuerzeug. Alright. Hier ist der Ausgang. Nein, das ist der falsche Ausgang. Okay, geht auch nicht. Also, ich wär' dafür, dass wir noch mal mit Crucifix... Ja, ich wär' auch dabei, dass wir einen Crucifix mitnehmen, Bruder. Deswegen Crucifix... Feuerzeug, Bruder. Die Kamera lassen wir da. Bist du bereit, Bruder? Also, alle Kerzen anzünden, aber... Ja, ich kann das. Lass mich erstmal... Ein bisschen dist... Oder soll ich eine Kamera holen erstmal? Bruder, ist doch klüger. Wie geht das? Warte, 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 warte. Warte, ich hol' ne Kamera und dann mach' ich ihn... Eine Kerze schonmal an. Zwei Kerzen sind schonmal an. Warte, warte, stopp. Ich mach gleich die letzte Kerze an. Äh... So. Jetzt muss mir noch eine Kerze anzünden, dann kann er kommen. Ich leg' auch noch'n Crucifix bei mir hin, damit er mich nicht abfuckt. Der Bastard. Der fragt nicht, warum er das so war. Ja, ich muss mich jetzt hier hinstellen. Hast du jetzt ne Kerze, äh, ne Dings? Ja, warte, warte. Ich muss ne Position finden. Ja, jetzt kann... Jetzt kann's ihn beschwören. Einmachen? Ja. Seid ihr ready, Chat? Na? Ja? Alter Sack! Er hat mich so umgebracht! Ah! Ja. Ja, das war's wohl mit dem Dämonenkreis. An der Stelle. You are dead. Ja. Ja. Ja, vielen Dank für's Zuschauen. Das war's mit Phasmophobia. Wir sehen uns. Macht's gut. Kein Bock, mein Bruder.